Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Mal wieder auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch mal meinen XXL Schleim zeigen, der schon zwei Monate alt ist. Also der ist so groß und da ist so viel gemixt drin, dass der schon irgendwie eine sehr komische Farbe hat. Also ich hole den jetzt mal raus. Also so sieht der aus und ich hole den jetzt mal raus. Oh, der sieht ja echt komisch aus. Der hat seine Farbe ja total verändert. Ich hole den jetzt mal raus. Wie leid? Huh? Dr. Professor? Wo kommst du denn her? Professor, Dr. Dr. Schlauberger. Wie geht's dir? Dann geht's dir gut? Ja, hallo ihr Lieben, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich war auf einer Forschungsreise. Ich habe Schleim erforscht. Ah, ich hab hier sogar. Das sieht ja komisch aus. Ich weiß. Ich zeige euch jetzt mal, wie man einen richtigen Schleim macht. Wir haben da schon einen Schleim gemacht. Ich habe ein bisschen was mitgebracht aus Tibet. Oh mein Gott. Jetzt muss ich dir mal zeigen, wie das geht hier. Ich hole den. Oh, Moment. Äh, Ölpfeffer. Salz und Pfeffer ist ganz wichtig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist doch ein Professor? Hast du das alles von mir ausgebracht? was ist denn meine schländer ein stopp wenn man mit schleim hantiert die schutzbrille ist von meinem ehemaligen ja 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 den kenne ich ja auch noch so so halte der schlank schaut ich weiß jetzt mal ein bisschen tunen fangen wir an alles alles muss alles rein ich habe das alles scharf gemessen in der richtigen menge da haben wir so ein bisschen bisschen hart geworden egal so lieber alle sind das Okay, Dr. Professor, nicht zu viel. Gut, hier, was haben wir noch? Da. Okay, mehr kommt da nicht mehr. Du musst alles in die richtigen Reihenfolge rein. Das ist ein Squishy. Den muss man frisch öffnen. So, da haben wir noch ein paar. Hier. Sie sind ja hart. Na, egal. So kennt man ja den allgewohnten Dr. Professor. Glitzer. Glitzer darf nicht fehlen. Guck, da haben wir auch noch so Herzen und so. Dr. Professor, es geht nicht auf. Hä? Die Helfer, das kann man gleich alles selber machen. Moment. Da brauchen wir schon ein IQ von 150. Oh, ich will das tun. Oh mein Gott. So, alles rein. Salz. Pfeffer. Ähm, wie viel? Viel. So. Reicht das? Reicht. Reicht. Dann haben wir noch ein bisschen Öl. Ähm. Olivenöl muss aber sein. Kalb gepresst, sonst funktioniert das nicht. Ähm. So. Oh. Dann haben wir noch mal Kleber. Noch mal Kleber. Ja, ja, ja. Dann brauchen wir eine Kontaktlinsenlösung. Einmal. Einfach alles rein. Du musst Stopp sagen. Du sag Stopp. Ah, der Kleber muss ganz rein. Echt jetzt? So. Was haben wir noch? Dann haben wir, äh, das weiße Pulver da. Das weiße Pulver da. Manche, manche schnupfen das mit uns in den Schleim rein. Gut. Ah, ja. Lebensmittelfarbe haben wir auch noch. Der hat aber schon genug Farbe gehabt. Eintropfen, sonst explodiert es. So. Das machen wir besser. Das scheint. Schau. Das ist gut. So, jetzt kommt noch die wichtigste Zutat. Damit das Ganze auch bunt wird hier. Ich weiß nicht, wie viele Menschen die machen das Zeug immer zu. Und was ist das ganz genau? Der kommt aber nicht ausgeschnitten rein. Doch. Das sind, das sind, das sind Froscheier. Keinmal. Aber das darf man doch gar nicht. So. Und aufmachen. Ich würde eigentlich nur. Jo. Haben wir auch genügend Salz, ja, ich glaub schon, ne? Ich weiß gar nicht. Kannst du noch bisschen aufschneiden, Doktor Professor? Hä? Das geht schon. Ups. Sind das echt Froscheier? Ja. Habe ich extra gekauft in so einem Markt. In Tibet. Waren sauteuer. Wie viel? Vor allem die, 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 die Lila-Länder drin und so. Warum? Das sind ganz besondere Frosche. Und jetzt? Äh, jetzt muss mein Assistent das mischen. Ich. Weil, ich kann das nicht. Das muss mein Assistent machen. Wie bitte? Ich. Mit meiner Hand. Ähm. Du weißt schon, was da alles drinnen ist. Nein. Das ist perfekt. Elza, mach, komm. Sonst wirst du nicht befördert hier. Zum Oberhelfer. Äh, äh, äh. Da muss man richtig reingreifen, sonst geht das nicht. So? Das, ähm. Ist das so richtig? Ja, ja. Wart, wart. Du willst mich doch auf den Arm nehmen. Mit beiden Händen muss man das machen. Nicht echt jetzt? Ja. Aber ich glaube, du hast irgendwas durcheinander gebracht. Nein. Du musst kräftig rühren, dann wird das schon. Warum machst du das nicht selber? Dafür ist mein IQ zu hoch. Ach du. Ist es fertig? Nein, nein. Das muss man schon. Kräftig. 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 environmental, nein. Sie haben genug. Wasn´t sustainable. Oh. Ja. Nee. Ach du mir. Alter. Du ich. Buch Maur. Du. Pas Fragen. Du. Also bisschen noch, bisschen noch, dann ist es halt fertig. Hier, gell? Ja, ja. So rechts und links drehen. So ein Bixer. So? Ja. Ich kann richtig mitreden. Fehlt da noch was? Äh, danke. Danke. Gut, oder? Jetzt wird es besser. Das, das muss doch, nein! Das gehört dazu! Nein, das gehört doch nicht dazu! Ja, doch, doch. Das habe ich im Gefühl. Darum habe ich ja so viele Doktortitel, weißt du? Na ja. Ich weiß nicht, also... Irgendwie ist mein, mein Schleimrezept noch nicht so ganz perfekt, glaube ich. Ich glaube, da fehlt... Ja, die Zutaten vielleicht doch vergessen. Ich glaube, dir sage ich immer noch falsche, tut zart. Gut, äh, ich würde sagen, du musst jetzt mindestens noch eine Stunde hier so mischen, vielleicht wird es dann noch. Das ist kalt! Ja, also ich komm dann wieder, ich komm dann wieder so eine halbe Stunde, ja? Ja? Ja, schon. Gell? Und fleißig, ohne Pause, gell? Rühren hier. Also, mir war das echt zu viel. Der hat mich reingelegt, der hat mich in die Falle gelockt. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Also, tschüss! Und die Brille lasse ich auch hier. Für nächstes Mal. Tschüss! So, meine Lieben, bitte nehmt das Video nicht ernst, ich hatte Bock mal irgendwas Bescheuertes wieder zu machen. Meine Hände stinken. Darum einen kleinen... Die Hände stinken, meine Lieben. Okay. Ja, das war ein kleines Remake, wir haben vor zwei Jahren ungefähr das letzte davon gedreht, Professor Doktor Doktor Crazy. Und Minion war noch dabei, das war ich nicht, das war... Genau, müsst ihr mal bei YouTube eingeben, eingeben, ähm, Doktor Crazy und Cute Baby Millet, beziehungsweise, ich weiß nicht was, Millet ist weltschön? Ich glaube nicht. Aber ihr findet es dann schon. Sind ganz coole DIYs und so dabei gewesen mit ein bisschen Schauspiel und so. Einmal hat doch der Professor Crazy mal Print Mixer getan. Ja, und so Sachen und Gummibärchen ins Waffeleisen und, ähm, was weiß ich alles, eine Schaumkanone haben wir gebastelt. Und man sieht mich gar nicht mit deinem Haar. Und ein Meer in der Flasche und so, also sind auch ganz brauchbare Sachen dabei gewesen. Genau, das war's eigentlich, meine Lieben. Lass mir wieder auf jeden Fall einen Daumen der Abonnieren vergessen und Glockaktive. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!